Ich muss sagen, Maps gefallen mir. Wo lauft die eigentlich hin? Hier Kinder, zu Bravo geht's. Denn wir sind wieder auf Hammerhead. Was ist denn das? Und diesmal müssen wir gewinnen, aber irgendwie... Bei mir steht Teamkill. Jaja, das ist die Killkammer, das ist bei dem UK verpackt. Ja, das ist komischer. Aber auch, dass die Flak diese scheiß Plastikdrohne nicht vom Himmel kriegt. Mörser kommt, ich werde mal versuchen gegenzumörsern. Aber guck mal wie die da hochfliegen, ne? Das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus bei den... Amtrak kommt. Aber... So... Zwei Warn... Ich bin jetzt drei Mörser. Zwei Warns. Zwei Warns. Zwei oder vier Mörser. Der, äh... Amtrak kriegt, aber... Da macht man ja kaum Schaden mit. Soll den nur ein bisschen verunsichern. Amtrak kommt jetzt vor zu Alpha. Okay, dann mach ich mal Recon. Z4. Amtrak ist direkt, äh, an Alpha dran. Ja, ich hab Z4 dran. Oh, wir waren kaputt. Drück drauf, Mann! Ja, mach ich ja gerade. Mach mal! Mach mal! Ah! Alpha 4. Oberhalb kommt einer gelaufen. Aber, ne, doch nicht. Hat sie ihm wohlgefallen, aufgelöst. AWS! Bei Bravo hat es hier einen Haufen Feinde. Lass mich rein! That's what she said, nein. That's what he said. That's what he said? Lass mich rein. Wo ist denn hier vorne? Wo ist hinten? Naja. Ja, ich bin down bei Bravo. Bravo ist zwar ein bisschen mehr ran für euch. Ja. So viel hab ich auch. Na, die erste Base ist hier aber auch die einfachste. Ja, was ist denn da mit dem Funker? 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 Geht aber einer in den Schafen oder? Das ist schon bei Bravo. Also direkt vor dem Funker kommen schaffen sie es noch nicht. Aber wir sammeln sich natürlich hier. Alpha durch. Ich hab die Versammlung von denen mal unterbrochen. Ich pack mal meine Meere auf die Kiste. Sehr gut. Ja, doch halt einfach mal. Bitte. Ja, jetzt explodiert er irgendwas. Oh, Mercer kommt wieder. So, was hab ich denn jetzt hier eigentlich für ein Maschinengewehr diesmal? M204B irgendwas wie es heißt. Ganz links wie es passiert kommen soll. Ja. Da werden sie meckern. So. Sonst mal Kampfdrohnen einsetzen gegen den scheiß M-Track. Wenn der kommt. Wenn er vorkommt. Da ist er. Ein Treffer reicht doch nicht. Na ja, mal 2 Lars. Versuch mal rüber in diesen Turm zu kommen. Gut. Die Mercer sind... ...down hoffentlich. Beide. Noch nicht. Ja. Das war's Bombing. Ähm, bei Bravo. Der Mercer hat doch immer noch was. Jo. Zwei Mercer mindestens. So wie es passiert. Wieser, ich leg den mal ein bisschen Moon da hoch. Jo. Mercer ist down. Gut. Nice. Au. So. Und jetzt. Auf dem Hügel links. Da wo... Da sind sie jetzt auch markiert. Wo der eine gerade runtergelaufen kommt. Da hinterliegt noch einer. Doch. Ich nahe genug. Moment mal. Ja, seid hier vorne. Warum spielen die Leute denn auf einmal an diesem Kampfdrohnen? Oh, weil Fabis Tutorial vorhin. Haha. Ja, es tut mir leid. Am-Track. Am-Track. Ich krieg jetzt hier Mercer. Ja. Damit hab ich mich jetzt quasi gerade gerutert, dass ich die Videos nicht so oft gucke von Fabi, ne? Schwein. Raus. Wunder von meinem Server. Ja, du schlägst nur vor, was für ein Visier drauf nehmen sollen. Jawoll, sterben alle. Jetzt den Am-Track-C4 hin. Ja, ist das wohl's gleich. Wenn er ein bisschen weiterfährt, dann ist er down. Ja. Ja. Der hätte mich in der nächsten Sekunde gemessert. Doch, noch ein Glenn. Bis An-Track-C4 hängt. Ja gut. Ja gut. Hier ist aber noch eine Ansage. Oh, ja gut. Alles für den Dackel. Mit Ansage. Ich bin vorne auch gefallen. Revive? Nee, sorry. Ich hab nur einen Sniper. Ja, okay. Okay. So. Ja. Ich hab mir gesagt, wenn er kommt, war ich kaputt. Was kann man denn hier... Was kann man hier mörsern? Ah, der Mörser steht schräg und dann lässt der sich immer so schwer steuern. Was ist das denn? Auf der rechten Seite... ... ein Sniper rum, glaub ich. Ich geb den nur mal auf. Steht mir so zu schräg. Meinst du noch mal Abo schmeißen? Ja. 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 Kommen wir irgendwo anders hier. Pff. Nee. Hier vielleicht doch nicht. Oh nein. Der Gracer. Weißt du die Präzision? Kann mich einer wieder hinsch... Nee. Das spielt ja sowieso keiner. Medic. Auf so ner Map. So. Jetzt sprengt irgendwer ein Baum. Der liegt jetzt vor mir und ich sehe ihn. Hahaha. Belast mich doch nur meinen Mörser. Lauf da rein. Muss echt die Mörser beobachten, ne? Ob sie zu dir kommt. Ja. Ja. Jetzt steht der schon wieder schräg. Was für ne Betongrund? Ein komplettes Magazin. Interessiert die gar nicht. Ja. Die Betonbände im BC2 war irgendwie cooler. Die konntest du schneller umzuschießen. Im Implementation ist besser. Fand ich. Das ist der Mörser kaputt. Jo. Kommt wieder was links über den Berg. Ich hab grad was huschen sehen. Aber... Ich glaub der wurde schon entfernt. Ne. Das ist jetzt auch noch nicht. Hinter uns. Das müsste gespottet sein. Der hat mich. Ja. Hinter uns einer gespottet. Ich hab die falschen Waffen gegen ihn. Okay, ist down. Ja. War wieder einer. Oh oh oh. Mit dem M neben. Oh oh oh. Kann er mich auf die Distanz treffen, ne? Was ist denn der Mann? Da ist eine Hand. Sehr sauber. Jo. Der M-Track kommt links. Der ist in der Bug da abgehoben. Weißte, der M-Track killt mich jetzt gleich. Ich auch. Oh mein Mörser ist gleich kaputt. Egal. Ja. RPGs. Go. Ja was? Ja was denn? Nein. Das einzig Gute ist, ich hab jetzt vier Leute mitgemacht aus dem M-Track rausgeklettert kamen. Das ist eine schöne Zahl. Ab den M-Track. Und jetzt geht's ran mit der CZ. Servar. Achtung, Mörserbeschuss. Ja, ich hab aber ein Dach. Ach, Sniper. Ach, halt. Sniper links an der Straße. Links vom Mörser. Der steht auch mitten auf der Straße. Danke für den Reef. Drei Mann in der Leiche. Drei Mann hinter dem roten Container. Ja. Ja, die kann man nicht vor. Ah, jetzt ist der Markt. Ach, ich bin ein starker Raucher. Ja, das hätte dummerweise bloß nur die Pistole. Das hat irgendwie nicht erreicht. Mörser ist down. Da hinten ist einer gestorben und verläuft einer. Man schreit nach Medipack, das ist so schön auf dem Server. Ja, ja. Warum? Hat jetzt mal was gebracht. Die Kugeln so in der Deckung einschlagen. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Oh, da oben sitzt ein Sniper. Mal gucken, ob ich den schnell genug kriege. Ich hab jetzt fünf Tode, ne? Und drei davon. Ja, wer auch immer da auf dem Container zurennt. Ich. Das kämpft dann. Doch, ein C4. Ja, ja. Aus dem Flug. Kann doch noch mörsern, oder? Ach, ne. Ist doch gut. Schade. Ja, gut. Das musste früher oder später passieren. Na gut. Wie denn? Er schießt mich durch den Stein, der Kunde. Mach doch deinen scheiß Hack aus, ey. Wo ist denn Fairfight jetzt? Oh, da ist einer an Bravo dran. Rechts, rechts. Rechts hab ihn. Oh, danke. Alter. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Manic. Krass mein Schutzen. Von links jetzt. Amtrak. Oh, was tut mich denn da? Oh, Amtrak. Oh, ich geh ein bisschen zurück. Oh, links Scharfschütze. Nähe Mauer. Oh, diese Dreck-Sniper. Links auf der Wiese. Hinter dem Zaun. Brennt da gerade übers Feld. Was feiert. Links auf der Wiese. Hab ihn. Der muss doch markiert sein. Nice. Krieg's go. Oh, okay. Wurde jetzt noch nicht einmal rüber auf dem Flim-Server. Rechts wieder an der Leitplanke. Ach so, nicht. Genau, bleibt schön da hinter der Deckung stehen. Dann krieg ich euch nicht. Amtrak hat nen Hit. Hilfe bei Kill 99. Pass es nicht. Oh, von ehemals, ehemals Alpha. Oh, was ist denn hier los? Ja, die rücken richtig massiv vor. Ja, voll die Sammlung hier. Links hinter den Betonpfeilern. Da geh ich einfach mal ein paar drauf. Wird schon stimmen. Ich mach jetzt noch mal Stunk. Ich mach jetzt noch mal Stunk. Oh, wo ich stehe. Es darf bei mir gerne gestorben werden. Er ist ja auch immer da bei meiner Leiche. Direkt zwischen den Bäumen ist noch einer. Der robbt den Berg hoch. Gerade aufgestanden. Der ist gerade aufgestanden. Ja, unten bei ehemals Alpha. Boah. Oh. Hast du dich auch weggeschränkt hinterm Stein? Echt? Ja, und mich auch. Beim ersten hab ich nur ein bisschen Schaden abbekommen, wo du gefallen bist. Und jetzt beim zweiten, ey. Jetzt einfach so kackenfrech. Easy. Das ist schlimm. Da vorne war ein lustiger Moment. Ein Scharfschützer hat mich getötet. Wo wir ein feines Duell hatten. Und ich hatte noch so innerlich typisch so dran gedacht. Möge die Hölle über dich einbrasseln. Und schon in der nächsten Sekunde in der Deathcam. Brasselt genau auf seinen Kopf ein Mörserschlag ein. Boom, weg. Könnte meiner gewesen sein. Aber kam mir das vor? Oder waren die Rush-Maps in BC2 auch offener? Das auf jeden Fall. Erika Haber und alles. Da konntest du ja ewig weit laufen fahren. Stell dir mal die Map vor. Und dann alle Sniper mit diesem Mörserschlag. Wie das aussehen würde. Dann könntest du einfach so eine Linie machen. Das ist so Nordkorea-Südkorea-Grenze. Wargames. Da ist einfach Mondlandschaft danach. Ja. Ich warte auf das Amtrak-V. Bevor ich deploye. Und da ist es auch schon. Oh, ich wäre jetzt so gern ein Beifahrer gewesen. Geh mal auf Bravo. Du musst jetzt nicht über Minen fahren. Ja. Da kommt schon die ersten Drohnen. Da kommt schon die ersten Drohnen. Da kommt schon die erste Drohne. Das war's okay. Wie viel Schaden! Hinter uns ist einer gestorben. Doch, der Schake für den Faktor 1 C4. Glaub ich. Hat irgendwer was zum reparieren? Ja, ist sicher schon der Schild dran. Okay. Hau zurück. Fuß rechts rum. Genau, rechts rum. Durchbrechen die Mauer. Sound. Sehr gut. Ja, er ist 23. Mittlerweile, oh, oh, oh. Ah, einfach kurz hin. Damn, mein kleiner Mörsert. Was, zieh mal ein bisschen das Feuer noch auf dich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich versuch's. Ey, warum dreht die Karre plötzlich? Weil du hier in der Google stehst. Weil du hier in der Google stehst. Keine Schneeketten draußen, eine Scheiße hier. Da hatten wir doch letztens schon. Oh, oh, jetzt werden wir gleich gemasern. Hast du noch die Sommerketten? Nein. Ja. Ah, shit. Komm schon, komm schon, komm schon, Karre, wir schaffen das. Raus, 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 raus. Sauber. Boah, C4. Aber wir haben uns nach vorne gekämpft. Passt. Ja, ich hab's scharf gemacht. Ich bin noch, während ich scharf machte, in den Claymore reingelaufen. Hab's einfach noch überlebt. Oh, oh, oh. Ich geh gerade in eine Kampfstellung, ne? Nein! Ich baue einen MG auf und dann hinter mir noch einer. Oh. Danke. Rennen wir doch mal nicht alle rein. Ich will ein Sniper erschießen, dann rennen wir nicht. Ja, hier haben wir in Deckung rum. So, sind wir jetzt, sind wir bei Bravo, sind wir... Bei dem Wachtturm noch mit. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Amtrak? Taucht das noch? Nein, hab ich. Hinter uns kommen sie runter. Falsch. Nein, nein, was mach ich? Schön, die Brandgranate. Das Amtrak ist gerade. Abi, was hattest du gefragt? Auf was noch was taucht? Ach, nichts. Ich hab eher gefragt, was ich, was ich hier eigentlich mache. Hä? Ich steh. Was? Ich bin auf offnem Feld einfach gestorben. Durch ne Claymore. Wir haben aber nichts. Ja. Das war doch die Nachwirkung von gerade. So. Hallo. Schau mal hier zu dir. Hammer. Einer geht ran. Langsam nicht stören mit dem ganzen... Jawoll, Hammer. Mit dem ganzen... Asuka, ich komm. Rechts hinter den Steinen sitzen, oder? Boah. War nicht so reichweite. Wir haben nicht ein Ticket verloren. Stopp. Boah. Das ist schon die nächste Bäris. Deswegen sind wir jetzt wieder voll. Ach so, ja. Schnell. Ach doch, was? Doch, doch, doch. Ja, ja, ja. So, ich würde jetzt auch wieder gleich nach Bravo gehen und dann ganz rechts bleiben im Gebüsch. Ein bisschen Munition. Ja, Mörser hat immer noch einen. Wie ich jetzt wirklich hoch geguckt hab, um zu schauen, ob da was kommt. Ob der Mörser kommt, ja. So, rechts außen steht schon mal ein Mörser. Oh. Asuka, ich komm. Ja. Da muss ich links liegen im M.G. Guckt hier auf meine Leiche an. Alles gut. Oh, jetzt mörsern die sich aber auf uns ein hier. Ja. Hier ist dein Med-Kit. Pick ihn ab. Oh, Mörser schießt. Mörser. Ja. Aber ich glaub den haben wir jetzt. Au, au. Was? Mörser? Unterlaufen. Nein. Wie bitte? Stell mich auf die Munitionskiste. Ja, du hast irgendwo anders eine hin. Oh, jetzt. Ach. Ein Mörser down. Scheiß Brandgranate. Ah. Ein M.G. und ein Sniper liegen da nebeneinander. Das klingt wie ein Witz. M.G. und ein Sniper liegen nebeneinander. Ja. Ah shit. Sorry. Es ist spät. Kommt ne PDW-R Ball raus, ne? Ich bring mal das Amtrak vor. Ja, sehr gerne. Sieht auch relativ C4 und Minenfrei aus. Nein. Das werden wir gleich genauer wissen. Ja, es gibt ja noch die Slams, die ich festgestellt habe. Ja. Und mir fällt gerade ein, dass ich keinen Schallnämpfer für die A's habe. Aber es ist ja nichts, was man jetzt nicht den Next noch mal freispielen könnte. Ah, da liegt jetzt tatsächlich unten an einem Mun. Ich nebel da mal hin. Dein Schütze macht erst einmal ihr Konnt Urlaub und schläft. Hinter uns. Ja toll. Er steht hinter Dead Zone, wo du nicht hinkommst als Attacker. Er steht da hinter dem Felsen und schießt jetzt einfach durch den Hand-Track. Was ist das für ein Map-Design? 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 Ja. Kommt noch wer anders. Alles gut. Next-Gen. Doppelzappel. Da ist noch einer. Eingang. Hat nicht den Next-Gen überhaupt so zu tun. Hinter uns. Ja, da wo wir eben Pause gemacht haben, da hockt jetzt einer. Oh, der schmeißt Granaten. Dann machen wir einen Laser-Fier an. Erledigt. Das waren zwei. Nein, noch mal jemand? Da war jemand. Uauau. Es ist mit dem da hochfällt, der wüsste von dem... Askar. Beruhig dich mal. Immer mal satt. Oh, ich habe einen Satz gesagt. Lass mich doch einen Satz sagen. Niemand sagt dir einen Satz. Der war aber lang der Satz. Was? Erst fünf Kills? Was ist da passiert? Komm von hinten rein. Ui. Boah. Deh da direkt mit einer MBT und warte. Komm mal. MBT. Komm scharf. Ohne Schlicht. Achtung, Haupteingang von vorne. Da. Ist nichts. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wo es herkommen kann. Ne, die kommen auch vom Hinterausgang. Von hinten, von hinten. Wo die Rechte kommen sind. Ja. Lass die da ruhig mal schießen. Ab eins ins Meer Rücke. Ich mache ein bisschen Nebel da rein. Haupteingang. Haupteingang. Besser halt hier. Rieser. Medkid. Sauber. Aufmerksam. Ammo, wer hat. Nebeneingang. Ja. Achso, der hat es wohl geschafft. Das Ding ist nur, jetzt müssen wir uns hier auch wieder rauskämpfen. Aber zur Seite. Zum Seiteneingang. Ich bin auf dem Dach. Da ist noch einiges. Vorne kommt einer rein. Ich bin hinter dir. AWS zwei Mann, vorne drei Mann. Hier. Jetzt sollen wir uns hier das Schneemobil klauen. So eine... Ah. Dahinten wird wieder gemörsert. Genau geradeaus. Neues Blendgranate. Ich bin nur kurz eben auf den Hügel. Warte mal. Warte mal. Ich wollte hier ein paar Leute killen. Nice. Ich kam gerade raus und habe sie nur noch zusammensacken gesehen. Oh. Oh. Klaus, komme. Ah, ich brauche mal Ammo. Wollen oben rein kommen. Ich habe jetzt doch viele Menschen... Jetzt kriege ich mir schnell die Masse auf den Kopf. Klaus, Ammo. Ja. Okay. Nein, jetzt ist mein Magazin leer. Scheiße. Kriegt mich jemand? Ich weiß, was ich gerade sehe. Ich mache einen 20er. Ah. Ah. Halbe Sekunde. Ja. Da ist ja wieder die... Parkstation. Über rechts. Pass dran. Über Straße. Brücke. So, du gib mal Deckung vorne oben ein bisschen. Auf dem Dach. Hocken wir. Ich gehe mit dem Askan. So, EG. Achtung. Ein Aufdach da hinten. Oh, ganz viele da hinten. Oh nein. Oh, man legt man sich hin. Da sind die Felsen unten frei. Oh, das war keine Idee. Bin hinter der Breezer? Ja, Hocken. Drei Stück. Wir kriegen jetzt gerade vom Kloss. Oh, das war keine Idee. Jetzt sind sie Paddle down. Ach doch, hinter uns. Links hinter uns, Minimap. Ich hole, äh, das M-Track. Was sind wir denn hier? Ach, oh, scheiße. Ups. War gerade von... War nicht auf dem Level. Auf dem Dach ist auch... Du bist das Rad? Klaus, ich komme mal zu dir rüber. Ich habe hier Tops gestellt. Ja. Auf der rechten Seite liegt die Sorte. Und stell mich dann... Wenn du da hocken bleibst, dann stell ich mich da hin mit dem M-Track. Ja. Und, äh... Dann machen wir immer mal zusammen ein bisschen Musik. Da unten laufen sie. Ja. Leute, ich habe hier ein, äh... Spawn-Bake im... Container gestellt. Geht bitte nicht Richtung Halle raus, sondern hinten raus. Und macht die Tür auch wieder zu. Wenn ihr rausgeht. Ja, ja, aber da ist es halt gedeckt. Ja. Ich weiß nicht... Ich merke gerade, das ist doch nicht so schlau. Ich überlasse das mal dir. Willst du mitfahren? Gibt's. Aska, den Rev? Ja. Gibt's hier zu jedem M-Track? Sind wir zu weit weg, um... um gescheit wirken zu können. Geht! Was für'n Scheiß für'n Läuf. Hahaha. Er muss jetzt ja auch was machen. Wer hat von links geschossen, geht in Deckung. Um auf dem Dach ist wieder einer. Okay, ich bleib stehen. Rechte Seite... Na, was da los? Auf dem Dach ist immer noch einer. Jetzt werden wir von rechts gemörsert. Ich fahr'n bisschen vor. Genau. Nice. Oh, wer smoked denn jetzt hier. So, das ist doch eigentlich... Oh, UKF ist an uns vorbei. Also, es ist zurzeit frei. Aua. Ich fahr' einfach durch die... Durch die Vollkarzahne. Ich fahr' einfach durch. Medik! Aber so jetzt haben wir ja auch nichts. So, ich steig' aus. Geradeaus, geradeaus. Ich geh' raus. Und ran. Und alles. Oh, da ist einer dran. Ich fahr' wieder. Oh ne, ist tot. Ich versuch' mal weiter. Heißt, ich stell' nen Tux aufs Dach. Ich bin auf'm Dach. Ich bin jetzt auch auf'm Dach. Jetzt haben wir völlige Kontrolle über die Halle hier. Ja. Ja, ich... Aber hier ist noch einer drinnen. Da waren mehrere gleich. Ja. Ja. Seh' sie. Einen hab' ich. Uh, shit. Ich will mir eine holen. Keine Change. Geiler Typ. Geil. Wer war'n das? Du bist ja ein geiler Typ. Woll' ich noch mal fix'n Fahrer? Komme. Andere Bombe auch scharf. Oder brauch's'n Pfarrer. Boah, im Griff. Geradeaus. Die Feindeprojekte. Das wurde ja... Ehrlich, dieser Grazer, den würd' ich... Ich würd' ich aus'n... Platoon schreifen. Rechts, rechts, genau. Rechts, links. Der Vier Typ. Und, Pionier. Der Vier Typ ist erledigt. Einen Pionier hab' ich. Sauber. Lass' mich nicht... Hinten steht der Mörser. Und oben. Hier. Boah, Alter. Ich fahr' den Mörser einfach platt. Ich fahr' den Mörser einfach platt. Aska, kriegst du den halt hinweg? Mörser? Hinter uns. Achso, Mörser schlag hin. Achso, Mörser schlag hin. Ja. Jetzt ist spät. Hinter uns. Impact? Wieso kann er mich... Wieso kann er mich... Wieso kann er mich töten, wenn ich bei 100% in den Mörser... Und wenn ich mal den Mörser benutze und mach' einen direkten Hit auf jemanden... Genau. Geradeaus auf dem Mügel. Ich mach' ein bisschen Feuerwerk. Bring' natürlich nix. Aber sieht schön aus. Ich muss mich ein bisschen verstecken hier. Hier gleich ein Snowmobil? Weiß das jemand? Hehehe. Äh... Ich hätte gerne eine Sauna. Hä? Wie kann denn... Wie kann denn die... Wo schützen am Haupteingang? In der Halle? Wie ist das jetzt schon? Achtung! Eieieiei. Nein! Den hab' ich. Hier? Ich lieg' ganz woanders. Ich lieg' mit noch ein Reicht bei mir. Oben ist noch ein Mörser. Oben ist noch ein Mörser. Shit. Na komm, wir gehen hier Richtung... Richtung Halle. Noch mindestens zwei Schützen. Rechts oben, ja. Ich steig' hier aus. Ich lass' dich hier stehen. Einer hab' ich. Achtung, 20er. Schau'n. 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 Über dir sind zwei. Oh, sag' mal. Jetzt rutsch ich hier runter. Ja, bitte? Juhu, die Kampfdrohne. Gibt's denn das, ey? Ach! Hast du ihn? Ja, ne, irgendwer anders hat den. Mato, Snowmobil? Äh, bin schon gespawnt. Ja, kein Ding. Wird immer im Bravo ran. Das war er. Ich weiß gar nicht, was ich hier für eine Waffe hab. Was ist ich für ein Typen? Jungs, ihr könnt auch ganz rechts über den Seitenleingang reingehen, ne? Ihr müsst nicht über den Hauptleingang. Ah, was? Ne, das wusste ich nicht. Da kann ich Platz links reingehen. Pato, ich komm' dir mal nach. Ach, was hab' ich denn hier? Noch mal ein bisschen stumm mit dem M-Pack vorne. Ich hab' mein Handy an meinem Gewehr. Das ist dieses Auto-Spot-Ding. Wenn die Frau anruft, kannst du dann. Ach, hier war ich noch nie. Schatz, kann grad nicht. Ist Krieg. Achtung beim Hauptleingang. Hey! Hey! Ach, hier ist das. Oh! Was, bitte? Ich bin gestoppt. Bist du Medic? Ja. Na gut, trage ich dich. Hä? Du bist leider unsichtbar geworden. Schau. Na. Okay, bin da. Haha. Ja, oder so. Ich glaube, dass ich grad richtig gehe. Ja, ja, sieht gut aus. Oh, oh, oh! Da liegt einer oben. Ja, aber seid ihr drin oder seid ihr auch hinterher? Bisschen drin. Okay. Ah, was denn? Jetzt kannst du mich wiederholen. Halt schon. Ja, ja, ja. Wend. Da. Erstmal Pause machen. Ah, hier ist der Eingang. Oh! Oh, bin auch down. Was hast du für... Oh, 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 da kommt noch einer. Ja. Ja, 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 ja. Der Grayser, die Sandwander. Spawn mal irgendwer bei mir mit Munition, dann kann ich hier ein Spawn-Veacon aufstellen. Ah. Spawn wir die einfach mit Spawn-Veacon. Warum ist die Tür zu? Oder so? Warum ist die Tür zu? Warum ist die Tür zu? Warum liegt hier stoch? Warum hast du ne Maske auf? Ah, wir sind alles Idioten. Da oben kommt man nach auf. Das wird erbaut. So, von links. Links, ja. Tux kommt. Tux steht. Ja, links ist ganz viel los. Ich nebel da mal ein bisschen. Rein da. Ich nebel selbst. Ich nebel selbst. Ich nebel selbst. Ja. Und ich hab ein bisschen fanatet. Ja. Auf der Überführung. Ja. Na oben, ja. Mit Raketenwerfer, ey. Was sind solche Dinge? Wo kommt man denn da rauf? Äh, meistens über die Treppe. Ja. Hab ich auch gehört. Ja. Oh, das ist ganz schön praktisch. Oh, der muss auch von rechts wegen hören. Wer sterben, wenn ich da reinschieß? Boah, rechts. Rechts. Rechts, ganz rechts in der Ecke sitzt einer und dreht seine Spieler. Ah, tatsächlich. Jetzt hat er mich sogar. Aber das Ding geht hoch. Moment, Fabian. Der liegt immer noch oben auf der Empore. Ah, zwei Stück. Nein, nicht doch alle sterben. Nicht doch alle sterben. Bleib gefälligst im Leben. Ei, 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 ruft auch schon einer. Haben wir einen Spanier im Team, oder was? So. Oh, ja. Caramba. Ich bin noch hinter der Entdeckung. Agusta. Ja, nein, was? Warum sterbe ich voran? Äh, was, was, was? Warum? Sind wir alle tot? Ja, da kommt der Retter. Nee. What the heck? Alter, diese Ace-Waffen, ne? Diese ganzen Ace-Waffen. Ja, doch. Da kommt der... Jawoll, der Beste. Das ist ja geil. Ich will kein Dem. Die Defusion. Die Defusion. Die Defusion. Egal, ich wollte auch noch ein paar Kills machen. Über mir ist, ist einer. Oh, wie viele? Oh Gott. Einfach reinhalten. Ja, ich halt rein. Mein Magazin ist zu klein. Jawoll. Oh, der jeden bestimmt angehittet, aber keiner. Das ist ja völlig falsch. Ich hab glaube ich auch nur Hits irgendwie. Ich glaube keiner von uns hat die Kills gekriegt. Wollte doch da hoch. Da wollte ich hoch. Oh, das ist doch keine gute Idee. Jo. Ich bin da rum. Wie hast du jetzt aber bekommen? Hier. Na, jetzt aber. Wenn nicht. Jetzt. Wer trappelt denn da? Mach scharf. Na! 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 Wird's denn? Ich hab' den Kumpel! Hink! 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 Ohohohoho! Und jetzt sollen kommen! Hink! 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 Fliegen, das haben wir auch kein bisschen. Ja, Granate sind schon unterwegs. Ja, nice. Nochmal Kloss überholt, so muss das. Was? Achso. Der Bumble. Schön. Gut, wir haben also gezeigt, wir können das Ding doch gewinnen. Aber finde ich immer noch eine geile Map irgendwie. Ja, ein bisschen zu schmal, das stimmt. Oh, ein Schalldämpfer. Für irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Hä? Für LS? Was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Aha, ja. Schöne Map. Hat Spaß gemacht. Frostbite. Ich sollte, glaube ich, echt irgendwann mal 10 Kills auf Metro machen, damit ich die F2000 kriege. Oh, Fabi? Das solltest du mal. Das lohnt sich. Ja, ich spiele die Metro. Und nöch. Da ist er, der Schalli für die ACE21. Also, muss ich das Ding jetzt wieder weglegen. Denn so heißt es wieder, ich spiele immer mit den gleichen Waffen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. ann